kreosenk ich will nicht nerven aber muss noch meine tv ankündigung machen und zwar heute darf ich im fernsehen sein auf uaf 3 um 21.55 die tafelrunde die haben wir letzte woche aufgezeichnet in der brater bühne und zwar waren dabei die wunderbare karoline adanasiadis die angeli kandidatski der victor gernot und der beste moderator wo es gibt der gerald fleischhacker es tat mich freuen wenn sie da hinschauen was die uf 3 die brauchen immer die quote schalt jetzt ein am besten nicht nicht zehn leute fahren fernseher am besten einer vor zehn fernseher wegen der quote es zahlt sich auf jeden fall aus es wird extrem lustig tat mich freuen vierten